Wenn ich ein Laber-Video mache, dann mache ich ein Video, wo ich meine Meinung sage und über verschiedene Themen spreche. Und jetzt kommt die Pointe. Jeder von uns, jeder, ihr, ich, alle, wir widersprechen uns, wir verquatschen uns, wir diskutieren, wir vergessen Sätze oder fügen neue hinzu oder sonst irgendwas in die Richtung. Ständig passiert uns das. Das passiert jedem. Nur im echten Leben kann man das nicht rausschneiden. Und ich habe nicht vor, euch irgendwas Gestelltes zu zeigen. Oder Sätze, die ich tausendmal abgelesen habe, bis sie möglichst realistisch rüberkommen. Nein, ich lese es so ab, wie ich es lese. Ich gebe es so wieder, wie ich es sage. Ob ich da einen Fehler reinhaue, ob ich da mich verquatsche, ob ich da irgendwelchen Blödsinn labere oder mich irgendwo mal in einer Zeit oder in einem Datum verändere. Wie war das damals? Ich kann es nicht mehr genau wiedergeben. Ich bin immer elf Jahre älter als die letzten zwei Zahlen im Jahr. Also sprich, jetzt haben wir 2021 und ich bin 32 geworden. Und irgendwann habe ich mal gesagt, 2000 bla 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 war ich so und so alt und 2000 bla 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 war ich so und so alt. Und da habe ich mich dann in einer Zahl vertan. Das kommt ganz normal vor, das ist normal. Aber die Hater haben sich darüber nachschraubt gelacht. Beziehungsweise verarschen mich bis heute oder versuchen mich bis heute damit zu verarschen. Aber das ist nun mal normal, dass man sich halt mal verquatscht. Vor allem, wenn man mit dem Kopf wieder mal schneller ist als mit der Zunge. Oder langsamer ist als mit der Zunge. Und ich will realistisch sein und realistisch rüberkommen. Ich möchte nicht irgendwie so tun, als wäre ich Gott oder sonst was oder göttlich. Ich verquatsche mich nun mal und das macht jeder von uns und das macht mich realistisch. Und so soll es bleiben. Glaubst du nicht, dass große Veränderungen manchmal auch große Herausforderungen mit sich bringen und Probleme, die dabei entstehen, irgendwie gelöst werden müssen? Ich glaube, dass große Herausforderungen Veränderungen sind. Und ich glaube, dass Probleme dadurch gelöst und auch dadurch entstehen, dass man sich großen Herausforderungen stellt. Somit eine große Herausforderung beinhaltet immer auch eine große Veränderung. Das kommt ganz auf die Situation an. Ob man nun plötzlich irgendwelche Krankheiten hat, ob man nun plötzlich einen großen Umzug plant, ob man nun einen komplett neuen Job sucht oder suchen muss oder einen neuen Job braucht oder sonst was. Ob man einer langen Reise entgegenfiebert oder ähnliches, einen großen Urlaub. Jede Veränderung bzw. jede Herausforderung ist auch eine Veränderung. Eine Veränderung der aktuellen Situation, eine Veränderung des Gleichgewichts in einem Leben und so vieles mehr. Glaubst du, wir leben in einer Simulation? Ehrlich gesagt ist mir das ziemlich egal. Pass auf. Was ist die Realität? Was ist die Realität? Die Realität ist das, was du als Realität wahrnimmst. Wenn du dein Leben lang in einer Simulation lebst, dann ist die Simulation für dich die Realität. Denn egal was passiert, egal was ist, egal wie das läuft, du lebst in einer Welt, die simuliert ist, gut. Aber du lebst in einer Welt, die für dich dein Leben beinhaltet. Da du die ganze Zeit, selbst wenn du in einer Simulation lebst, dein Weg in dieser Simulation gehst. Du wirst geboren, du wächst auf und du wirst irgendwann sterben. Das Leben selbst ist eine Simulation. Letzten Endes kommt es darauf an, wie du dein Leben führst. Ob du in einer Simulation lebst, ob du in Wahrheit ein Roboter bist, das spielt alles keine Rolle. Du gehst deinen Weg als der, der du bist. Du hast dein Ich-Bewusstsein und ob du in einer Simulation oder in einer Realität lebst, oder ob die Realität in der Simulation ist, das spielt alles keine Rolle. Hey Drache, ich bin komplett wertungslos. Kenne dich nicht und folge dir auch kaum. Aber bitte besorg dir einen Anzug und Frisur für den nächsten Gerichtstermin. Sonst hast du keine Chance, da das respektlos ist. Respektlos, findest du? Ich habe heute Morgen auch darüber nachgedacht, weil ich diese Frage in der letzten Zeit oft gehört habe, oder diese Aussage in der letzten Zeit oft gehört habe. Dann sage ich dir mal was. Wem genau erweise ich keinen Respekt? Dem Gericht? Ich erweise dem Gericht keinen Respekt, weil ich so bin, wie ich bin. Du weißt, was Persönlichkeitsrecht ist, oder? Gehe ich jetzt mal von aus. Pass auf. Es ist nicht meine Intention, indem ich da so auftauche, wie ich bin, dem Gericht entgegen respektlos zu sein. Das ist nicht meine Intention. Und das Gericht darf mich auch nicht verurteilen, dadurch, dass ich so bin. Ja? Das ist nämlich dann auch wieder strafbar. Pass auf. Ich muss mich wohlfühlen. Wenn ich mich wohlfühle, dann habe ich ein ganz anderes ausgeglichenes Selbstbewusstsein oder eine ganz andere ausgeglichene Situation für mich persönlich geschaffen und habe kein Problem damit. Wenn ich jetzt allerdings dahin gehe und wenn ich dann im Anzug da auftauche, mal abgesehen davon, dass ich überhaupt keinen Anzug habe, dann würde ich meine Persönlichkeit verbergen, meine Persönlichkeit unterdrücken und dann wäre ich nicht der Mensch, der ich in Wahrheit bin. Was wiederum eigentlich dem Gericht nur eins aufzeigen kann. Realistisch gesehen. Und zwar zeigt das dem Gericht das auf, dass ich mich nur wegen dem Gericht verändere, weil ich eine andere Strafe möchte. Mir persönlich, ich sage es euch nochmal, ist es völlig egal, ob ich im Gefängnis lande oder nicht. Ich bin der Meinung, dass das, was ich getan habe, die einzige mögliche Lösung war. Ich hatte keine andere Wahl. Das ist meine Meinung. Das Gericht muss letzten Endes entscheiden, ob meine Meinung auch mit dem Gesetz konfirm ist oder nicht. So. Wenn ich eingesperrt werde und ich bin ein Mann. Ich bin keine Maus, ich bin kein Kindergartenkind, so wie die Hater. Ich bin kein Vollidiot, auch wenn viele mich als solches bezeichnen. Ich bin auch nicht unendurchschnittlich intelligent, auch wenn das viele von mir behaupten. Und das auch irgendwelche Möchtegern-Psychologen, die sich eine halbe Stunde mit mir beschäftigt haben, dann meinen, sagen zu müssen. Sondern ich bin ein Mann. Ich stehe zu dem, was ich getan habe. Ich habe dem aufs Maulcourt. Punkt. Wie dir das gerechtfertigt ist, muss das Gericht entscheiden. Wie die Situation ist, muss das Gericht entscheiden. Wenn sie mich meinen, einsperren zu müssen, dann sperren sie mich ein. Wenn sie meinen, dass man mich nicht einsperren muss, dann werden sie mich nicht einsperren. Aber, und das gilt für alles, das gilt für meine ganze Zeit auf YouTube, das gilt für meine ganze Zeit in der Schule, das gilt für meine ganze Zeit jetzt nach dem Ganzen und in der jetzigen Situation. Ich gehe meinen Weg. Ich habe es euch schon hundertmal gesagt. Wenn vor meinem Weg tausende Tore sind, tausende Berge sind, tausende, äh, tausende Barrikaden sind. Ich ziehe mir mit dem Kopf nach hinten und zertrümme eine Barrikade nach der anderen. Ich gehe meinen Weg unbegriffsschritten geradeaus, weil ich entschieden habe, geradeaus zu gehen. Vor Gericht wurde gesagt, dass sie beeindruckt waren, dass ich überhaupt gekommen bin. So, ähm, oder dass sie, dass sie das beeindruckt, glaube ich, haben sie nicht gesagt, aber sie haben gesagt, dass sie das, äh, respektvoll finden, dass ich überhaupt gekommen bin. Und ich bin dahin gegangen, weil ich was getan habe, das eine Strafe verlangt. Und ich bin dahin gegangen, weil ich kein Mensch bin, der sich vor sowas drückt. Ich habe auf YouTube viele verschiedene Sachen verändert. Ich habe Formate gemacht, die ich wieder gelöscht habe. Ich habe Formate gemacht, die ich wieder verändert habe. Aber YouTube selbst habe ich nie aufgehört. Damals nicht und heute nicht. Ich habe zwischendurch immer wieder überlegt aufzuhören. Ich hatte zwischendurch immer wieder vor, aufzuhören. Ähm, aber ich habe es dann letzten Endes doch gelassen und habe doch weitergemacht. Wieso? Naja, das hatte viele Gründe. Zum einen, weil ich auf YouTube eben, ich habe so viele Jobs, ich habe in meinem Leben 50, 60 verschiedene Jobs gemacht. Ähm, das ist kein Witz. Und das nur im Alter bis 19, 20. Ich habe, keine Ahnung, ich habe so viele verschiedene Aufgaben und Arbeiten schon in meinem Leben erledigt. Und, ähm, ich habe nicht viel in meinem Leben gemacht, was mir so viel Spaß gemacht hat wie YouTube. Und dementsprechend bin ich das, was ich bin. Ich mache meinen Weg, ich gehe meinen Weg übrigens Atakaner. Dankeschön. Äh, oder Atakan. Dankeschön für deine Unterstützung. Wie die Situation jetzt zu regeln ist, muss das Gericht entscheiden. Ich persönlich bin der Meinung, dass ich nicht eingesperrt gehört, theoretisch gesehen. Also, wenn ihr meine Meinung hören wollt, meine Meinung ist, ich bräuchte eigentlich einen Freispruch. Ähm, ich verteidige mich und mein Leben, meine Existenz, meinen Besitz. Und, äh, ja, man hat gesehen, wie sich diese Leute verhalten haben. So. Ähm, im Sinne von der Polizei, wo ich von der Staatsanwaltschaft mehrfach gerüffelt wurde. Gerüffelt, sagt man das so? Ja, ne? Äh, ich wurde von der Staatsanwaltschaft mehrfach gerüffelt dafür, dass ich mich über die Polizei Neustadt aufgeregt habe. Ich gebe zu, dass meine Wortwahl, äh, in meiner Rage, in meinem Rage-Mode, äh, ziemlich daneben war. Hast du jetzt aufgelegt? Du Blöder-Walt-Sahn! Aber was ich gesagt habe, hat letzten Endes Hand und Fuß gehabt. Und dann zwar nachweisbar. Ähm, dass die Polizei ihren Job gar nicht macht, das ist natürlich daneben. Ja? Weil ich kann natürlich nur die Situation hier bei mir vor Ort, das habe ich schon oft gesagt, Ich kann nur die Situation bei mir hier vor Ort entsprechend, ähm, sehen. Ja? Ich sehe nur, was sie hier bei mir vor Ort machen. Und es gibt Polizisten, die machen ihren Job super. Ja? Ich komme mit denen super klar, ich kann mich mit denen super unterhalten. Man merkt, dass die weder was gegen mich haben, noch was für mich haben. Die sind einfach ganz normal. Ja? Die sind neutral eingestellt. Ich unterhalte mich ganz normal mit denen. Ähm, und man merkt halt, dass die keine Vorurteile haben. So, die kennen mich als einen Menschen, der nur dann handgreiflich wird, wenn er keine andere Wahl mehr sieht. Die kennen mich als einen Menschen, der keine Scheiße baut, äh, weil er irgendwie drauf steht oder sowas. Oder weil er irgendwie was nötig hat. Ich habe in meinem Leben wirklich schwere Zeiten hinter mir. Ja? Ich habe in meinem Leben, und das sieht man mir vielleicht nicht an, weil ich so fett bin. Aber ich habe in meinem Leben Zeiten hinter mir, in denen ich wochenlang und monatelang kaum was zu fressen hatte. Und ich habe in meinem Leben Zeiten hinter mir, wo ich wirklich viel hatte. Und ich habe in meinem Leben jetzt Zeiten vor mir, in denen ich noch nicht weiß, wie es weitergeht. Aber Fakt ist, das, was mir die ganzen Jahre lang angetan wurde, die letzten acht Jahre, diese letzten acht Jahre, in denen ich permanent angegriffen wurde, verletzt wurde, teilweise vereinzelte Polizisten bei mir vor Ort nichts gemacht haben, bewusst zu spät gekommen sind, und ich das weiß, dass die zu spät gekommen sind, weil es mir von anderen Leuten bestätigt wurde. Ähm, hä? Ja? Also es gibt Beamte, die mir schon gesagt haben, ja, weißt du, wie manche Kollegen sind und dann hier und da ein paar Kleinigkeiten darüber erzählt haben. Deswegen weiß ich, dass das so läuft. Ja? Natürlich sage ich da keinen Namen, wer das mir gesagt hat. Warum? Weil ich natürlich niemanden von denen irgendwie in die Kreide scheißen will da. Ähm, das war auch ein beschissener Ausdruck. Entschuldigung. Weil ich niemanden da irgendwie ankreiden will, meine ich. Ja? Deswegen sage ich dazu keine Namen, weder vor Gericht noch sonst wo. Aber ich weiß, dass es so ist, weil es eine Tatsache ist. Aber, äh, und das ist übrigens vor kurzem erst der Fall gewesen. Ich wurde zweimal an einem Tag, wurde ich zweimal mit Pfefferspray angegriffen. Die Person, die mich angezeigt hat wegen Verleumdung, ja, von der Polizei, ähm, weil ich da mich worttechnisch etwas daneben, weil ich da worttechnisch daneben gegriffen habe, das war mein Fehler, das gebe ich zu, es war worttechnisch daneben gegriffen, weil ich nur die Situation bei mir vor Ort gemeint habe, aber es halt anders wiedergegeben habe, was natürlich in meinem Rage-Mode nicht ganz so gut geeignet war. Aber Tatsache ist, dass, äh, ich, mit Pfefferspray wurde ich angegriffen und verletzt zweimal an einem Tag innerhalb von drei Stunden. Und diese Herrschaften waren vier oder fünfmal da innerhalb von diesen drei Stunden. Und was ist passiert? Die Polizei kam nach etwa dreieinhalb bis vier Stunden, wo sich natürlich niemanden mehr angetroffen hat. Ich wurde mit Pfefferspray angegriffen und ich wurde wegen Pfefferspray verurteilt. Die Herrschaften, die hier mich mit Pfefferspray angegriffen haben, die sind hier nie wieder aufgetaucht und die sind auch, äh, letzten Endes damit davongekommen. So, und jetzt sage ich euch was. Äh, die Leute, die mich angreifen, die kommen mit kleinen Geldstrafen davon. Obwohl ich Sachschäden in Form von Hunderttausenden, äh, von Zehntausenden von Euro habe. Ich habe, äh, körperliche Schäden, die, ich weiß gar nicht, wie hoch die Preise dafür sind, ähm, für verschiedene Medikamente und was weiß ich alles, die ich nehmen musste in den letzten Jahren. Ähm, und all diese Dinge. Ja, all diese Dinge und noch viel mehr. Und dann darf ich mich, ähm, darf ich mich, äh, klein machen lassen, weil ich mich im Wort vergriffen habe. Die Sache ist die, ja, ich habe mich im Wort vergriffen, aber die Situation selbst ist trotzdem so, wie ich sie erzählt habe. Wenn auch nicht genau im Detail so, ne, dass die ganze Polizei nichts macht und dass die generell gar nichts in Neustadt machen, das ist falsch. Auch nicht die Tatsache, dass sie, es ist auch nicht falsch, dass sie, ähm, na, dass das alles sind. So, und dass die ihren ganzen Job nicht machen. Es geht nur um meine Situation und nur um das Haus hier. Nur um, nur um dieses Dorf. Es geht mal nicht mal nur um mein Haus oder nur um mich. Es geht um das Dorf. Donnerstag. Ne, Freitag letzte Woche. Ich habe Freitag letzte Woche wie viel gestreamt? Neun Stunden? In diesen neun Stunden ist einmal die Polizei gekommen. Einmal. Oder achteinhalb Stunden haben wir gestreamt. Da ist einmal oder zweimal die Polizei gekommen. Und die sind nicht einmal von alleine durchgefahren. Nicht einmal. Die zweimal, wo sie gekommen sind, habe ich angerufen gehabt. Widerwillig, wenn auch leider. Und, ähm, ne, beziehungsweise einmal sind sie durchgefahren. Ein einziges Mal sind sie durchgefahren, habe ich nicht angerufen. Genau, das erste Mal, wo sie da waren, sind sie von alleine durchgefahren. Aber innerhalb von diesen acht, neun Stunden, dann das an einem Freitag, sind die dann einmal durchgefahren, das war's. Das andere Mal habe ich angerufen. So, ähm, mir ist klar, dass die Polizei in Neustadt viel zu tun hat. Und der Landkreis, den die überwachen müssen, der ist unglaublich groß. Aber, wenn man weiß, dass an einer bestimmten Stelle extrem viel Randale passiert, und das jeden Tag, und das unter dem Tag und unter der Woche, und vor allem am Wochenende, ist das schon hart, oder? Es ist letzten Endes eine Frage der Situation. Wie gesagt, ich bin kein, ich bin kein Quirulant. Ja? Ähm, ich finde das Urteil ungerecht, aber ich nehme es hin, wie es ist, ja? Ich werde mich, beziehungsweise ich nehme es nicht hin, in dem Sinne, ja? Es ist jetzt so passiert. Also haben sie mir halt zwei Jahre aufgebrummt. Ich werde jetzt schauen, ob ich nochmal die Strafe verringern kann, oder vergrößern will ich es natürlich nicht unbedingt. Aber wenn sie nicht verringert wird, dann nehme ich auch eine höhere Strafe entgegen. Ich bin niemand, der, äh, ich bin niemand, der darüber klagt, wie alles war, oder wie alles hätte sein können, oder wie hätte alles laufen können. Auch wenn ich natürlich hier und da notgedrungen mal über Sachen rede, oder mal darüber gefragt werde, oder ähnliches. Natürlich habe ich auch eine gewisse Vorstellung von Recht und Ordnung und Gerechtigkeit und alles. Das ist aber für jeden Menschen was anderes. Und, äh, es gab viele, die sich darüber beschwert haben, dass ich eine so hohe Strafe bekommen habe. Es gab viele, die sich darüber beschwert haben, dass ich eine geringere Strafe bekommen habe. Und so weiter, und so fort. Ähm, letzten Endes wird es jetzt darauf ankommen, wie es weitergeht. Es ist mir an sich, ehrlich gesagt, völlig furzegal. Es kommt, wie es kommen wird. Und alles weitere interessiert mich nicht. Äh, wie willst du, äh, das mit, äh, der Toiletten machen im Gefängnis? Was, was soll ich damit machen? Duschen hat man, glaube ich, nicht im Zimmer. Ja, da wird man schon eine Lösung finden, denke ich. Ich weiß nicht einmal, wie das in einem Gefängnis abläuft in Deutschland. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt und befasst. Also, ich habe keine Ahnung. Die Sachen, die ich mit Gefängnissen kenne, sind meistens die Sachen, wo man in Filmen und Serien öfter mal sieht. So diese amerikanischen Filme. Äh, wie, oder, oder, oder auch mal Spanisch oder sonst was. Aber wie das in Deutschland läuft, keine Ahnung. Ich habe damit auch nie mich beschäftigt, weil das nichts ist, was mich interessiert. Ich bin eigentlich immer der Meinung gewesen, dass ich kein Verbrecher bin. Ähm, und ich habe auch immer versucht, mich mit dem Gesetz gutzustellen. Ja, was dabei rausgekommen ist, äh, ja, es waren 2,5 Jahre werden am Ende, aber, äh, werden, aber, nee, am Ende, aber du bist, äh, sicher nach 1,5 Jahren, oder 1,5 Jahren, äh, äh, wieder frei. Ich finde es selbst schon, äh, ich bin selbst schon gesessen, äh, ist, äh, halb so dramatisch. Also, pass auf, ähm, um das mal kurz zusammenzufassen. Wie gesagt, an sich ist es mir völlig scheißegal. Ähm, die einzigen Sachen, die mich stören, wenn ich ins Gefängnis muss, sind die Tatsache, dass ich nicht einfach mich ins Auto setzen kann und irgendwo hinfahren, wo ich will. Die Tatsache, was ich hätte, wenn ich jetzt mich nicht bereits darum gekümmert hätte, dass jemand mein Haus abfackelt in der Zeit, aber das ist ja mittlerweile erledigt, weil selbst wenn, äh, ich, äh, jetzt theoretisch gesehen nächste Woche ins Gefängnis müsste, dann wäre das Haus ja bereits verkauft und die Sachen wäre ja bereits erledigt, und so weiter. Und, äh, dann würden die Sachen, die ich behalten will, halt eingelagern. Da muss man halt ein bisschen was am Vertrag verändern und dann muss ich halt mit dem Käufer einfach mal durchs Haus gehen und sagen, das, 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 das bleibt bei mir. Den Rest könnt ihr verschrotten oder was auch immer. Und, äh, dann würde das halt irgendwo eingelagert in der Zwischenzeit, wenn die dann halt das Haus ausräumen würden, wenn ich schon im Gefängnis wäre. Ne, das ist nur ein wäre-Fall. Aber es geht nur darum, äh, das Haus, an dem Haus wird nichts passieren, weil das Zeug, was im Haus ist, wäre bereits weg. So. Das ist das Einzige, was mir wirklich Bauchschmerzen macht. So. Mein Haus, mein Auto, mein, 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 mein Besitz. Äh, und das macht mir nur deswegen Sorgen, weil hinterher, wenn ich rauskomme, gar nichts mehr habe. So, wenn ich rauskomme und selbst wenn ich dann, äh, keine Kohle oder irgendwas habe, dann könnte ich hergehen und könnte in der Zwischenzeit zumindest sagen, okay, ne, ich habe jetzt noch meinen Fernseher, meine Anlage und so weiter, ich verscheuere das jetzt alles mal für ein paar hundert Euro. Äh, teilweise ist es auch ein paar hundert Euro wert und dann kann ich hergehen und sagen, okay, ich verscheuere das jetzt und dafür kaufe ich mir jetzt ein kleines Auto und dann fahre ich irgendwo und suche mir eine kleine Wohnung und von da aus mache ich dann mein Zeug weiter. Das Einzige, was mir wirklich Bauchschmerzen macht, sind meine Videos und meine Streams. Denn, äh, ich garantiere jetzt schon, wie das Ganze ausgehen wird. Wenn ich wirklich anderthalb Jahre im Gefängnis sitze, an ein Jahr auf YouTube, sind etwa gefühlt zehn Jahre im Internet. Das heißt, also ein Jahr, äh, reales Leben sind etwa zehn Jahre im Internet. So gefühlt sagt man das. Oder so fünf Jahre, keine Ahnung. Ähm, das heißt im Klartext, äh, was mir am meisten Bauchschmerzen bereitet, ist die Tatsache, dass wenn ich aus dem Gefängnis rauskomme, quasi mit meinen Videos und Streams keine Kohle mehr mache, oder anfangs zumindest keine Kohle mehr mache, und es wieder einen sehr langsamen Verlauf nimmt, bis alle gecheckt haben, hey, der ist wieder draußen, und falls dann überhaupt noch jemand zuschauen möchte. Das ist das, was mir am meisten Sorgen macht. Alles darüber hinaus, die ganzen Situationen zwischendurch und das ganze Drumherum, das ist nichts, was mir Sorgen macht. Ähm, aber das Problem ist halt, äh, ich möchte halt meine Videos und meine Streams und meine Arbeit da weiterhin machen. Und das funktioniert halt nur, wenn ich dann halt auch weiterhin davon leben kann. Wenn ich aus dem Gefängnis rauskomme, kann ich vermutlich nicht mehr davon leben, zumindest in der Anfangszeit nicht. Das heißt, ich müsste mir wieder alternativ einen Job suchen und dann würde die ganze Schoße wieder von vorne losgehen. Ich habe ja auch schon einen Plan für die nächsten, äh, also für die nächsten zwei Jahre habe ich einen Plan und nach zwei Jahren habe ich auch vor, was weiterzumachen. Tut es dir nicht ein wenig weh, das Haus zu verkaufen, ähm, deiner Großeltern und deinen Vater, deinen Vater verloren zu haben? Natürlich tut mir das weh, äh, meinen Vater verloren zu haben und auch meine Großeltern, ähm, beziehungsweise meine zwei Omas, meine Großväter kannte ich, ja doch, meinen einen Großvater kenne ich, ähm, aber mit dem habe ich in meinem Leben nicht wirklich viel zu tun gehabt und, äh, die anderen Sachen, die du ansprichst, so, äh, das Haus interessiert mich nicht, nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. Ähm, ursprünglich habe ich das Haus, äh, im Erbe angenommen oder gewollt und dafür gekämpft, dass ich das Haus kriege, weil ich damals der Meinung war, das Haus nicht verkaufen zu wollen. So, aber das hat sich im Laufe der Jahre dann gelegt und die Situation hat sich verändert und ich bin der Meinung mittlerweile, meine Zeit hier ist vorbei. Meine Zeit ist mittlerweile hier rum und ich möchte meine Zeit woanders neu starten, neu beginnen, neu anfangen. Ich möchte ein Neuanfang für meine Situation, für mein Leben. Ähm, und ich war hier nie gewollt. Das sieht man auch anhand der, 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 der Bewegungen und der, der Handlungen meiner Nachbarn. Keiner von denen hat Interesse daran, mich zu unterstützen. Keiner von denen hat Interesse daran, mich da irgendwie groß, äh, zu setzen. Es gibt einige Ausnahmen, aber der Großteil möchte mich hier nicht. generell mag mich eigentlich keiner auf der Welt groß haben. Jedes Mal, wenn ich mich irgendwo mit Leuten anfreunde, gibt es ein, zwei Leute, mit denen ich mich verstehe und der Rest mag mich nicht. Und das sind dann meistens mehrere hundert Leute. Und es war in der Schulzeit so und es war nach der Schulzeit so und es ist viele Zeiten an, da war ich auch schon der Fall. Also ich glaube nicht, dass ich im Internet groß, äh, dass ich im Gefängnis groß Internetzugang haben werde. Wenn schon die Staatsanwaltschaft in Berufung geht, dann ist das schon kacke. Wieso, Leute? Das kann genauso gut, äh, gut für mich ausgehen, wie es schlecht für mich ausgehen kann.